Necrocon Ich würde behaupten, Ende 30 Sollte ich mich irren, dann Wie sagt man so schön? Asche auf mein Haupt So, Lego ist also das Thema Was für Erfahrungen habe ich mit Lego gemacht? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war eins der Kinder Die Lego niemals bekommen haben Weil es sackteuer ist Aber dennoch habe ich es ganz, ganz gerne gemocht Im Kindergarten, vielleicht kennt ihr das Ich glaube, die hießen Duplo So hieß einfach die Firma Die diese riesigen Lego-Steine herstellt Da hast du einfach gewusst Okay, wenn du die Dinger hast, du kannst ja nicht viel damit bauen Also gib mir 6 Milliarden Duplo-Steine und ich mach dir ein Haus So auf die Art, was machst du mit 10? Ja, vielleicht eine Schlange und dann hört es auch schon auf Oder eine Mauer Was willst du sonst mit den Dingern anfangen? Deswegen, Duplo ist eigentlich das Lego Für Arme, ist mir schon klar, dass Kinder Vielleicht nicht unbedingt Kleine verschluckbare Teile essen Ja, essen sowieso nicht Aber nicht mit ihnen spielen sollten Aber dennoch, so ein bisschen Vertrauen wäre doch eigentlich Gar nicht so schlecht gewesen Allgemein, ähm, was habe ich immer aus Lego gebaut? Ich würde behaupten, sowas wie zum Beispiel Häuser oder irgendwelche Flugmaschinen Ähm, ich hatte auch nur, ich meine ein einziges Lego Set Wenn man es denn Set nennen kann Weil zu einem Set gehören ja mehrere Äh, Lego-Baukästen Es war so ein Ja, Weltraumschiff Irgendwie, das war glaube ich das einzige Und, was mir mega gut gefallen hat Bionicle, wenn sich daran noch jemand erinnert Bionicle, das waren so Transformer ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung Aber dann wisst ihr zumindest schon mal In welche Richtung es geht Also so Roboterwesen-Lego-Viecher-Dingens An Bionicle fand ich richtig geil Ähm, dass man mit ihnen auch noch anders spielen konnte Also, der Baunutzen war schnell vorbei Aber du hast eben danach mit der Figur richtig rummachen können Und die kamen in richtig coolen Ähm, ja, Verpackungen daher In so Dosen quasi Und ich weiß gar nicht, was die Geschichte hinter denen ist Irgendwie so, ja, eine alte Kraft ist erwacht Irgendwie sowas Und, ähm, was ich an denen auch richtig geil fand Der linke, oder beziehungsweise rechte Arm Spielt ja auch keine Rolle, welcher Arm das war Ähm, eigentlich, man kann sie doch eh abmontieren Dann kannst du aus dem Rechtshänder einen Linkshänder machen Ähm, die hatten so Frisbees Und das ist so ein bisschen wie bei Tron Du, ähm, steckst sie dann dem so auf die Finger Der hat so drei Finger oder Krallen Und dann ziehst du den so auf Wie so eine Sprungfeder Wo eigentlich das Ellbogengelenk sein sollte Und lässt los Und dann fatzt das Ding rum Es hat unglaublich viel Spaß gemacht Ähm, die Bionicle-Typen Die wurden auch so ein bisschen den Elementen zugeordnet Ich erinnere mich da an so einen Feuer Ich weiß gar nicht Nennt man den dann auch Bionicle? Also der Bionicle Sowas wie bei Ja, ich werd's einfach Oh Gott, ich glaub ich red mich hier um Kopf und Kragen Balrog, du kennst dich da besser aus Bügel das bitte in den Kommentaren wieder aus Okay, also So ein Feuer-Typ Dann gibt's ein Wasser-Typ Äh, ich meine Wind oder Luft oder sowas Eis gab's auf jeden Fall Ich hatte den Wald-Typ Und ich bin mir nicht sicher Ob es fünf oder sechs waren Ich meine es waren sechs Aber mir fallen jetzt die anderen nicht ein Ich glaube vielleicht noch Blitz oder Strom oder sowas Keine Ahnung Ähm, wir haben auch damals in der Schule Das ist auch noch eine Geschichte Die ich ganz gerne erzählen kann So einen Werbespot drehen müssen Für den HUS-Unterricht Das ist Heimat und Sachkunde Fragt mich bitte nicht, was das ist Interessiert auch keinen Gibt's heutzutage auch nicht mehr Wie gesagt Werbung war das Thema Und während die Mädels mit Barbie-Puppen Dann so eine Art Modenschau gemacht haben An dieser Stelle sei angemerkt Mega langweilig Haben wir uns eben für Lego entschieden An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen Ich hab von Lego bis dato Noch weniger Ahnung gehabt Als ich's jetzt schon habe Und wir hatten halt einen im Team Den Chris Auch Grüße an dich Der war ein sehr, sehr Lego-begeistertes Kind Hat sehr viel Lego zu Hause gehabt Und hat gesagt Hey, mach mal doch Lego Creator So Und dann mussten wir quasi für Lego Creator Werbung machen Und ich wusste nicht mal, was Lego Creator ist Wir haben uns einfach vor die Tafel gestellt Haben unseren Text aufgesagt Den er uns da hingeschrieben hat Und alle waren glücklich Wie die Noten waren, könnt ihr euch sicher denken Aber zumindest war's besser als die Barbie-Modenschau Das auf jeden Fall Lego Creator War das jetzt das Ding Das so ein bisschen wie ein Movie-Studio war? Ich meine schon Auch hier kann ich mich wieder irren Das ist ja das Schöne, ja Man kann mich in allem korrigieren Und sagen Der Necro Talk ist von vorne bis hinten getürkt Alles falsch Also ihr seid recht herzlich dazu eingeladen Allgemein heißt es ja Dass in den Kommentarsektionen weiter diskutiert wird Mich würde an dieser Stelle auch interessieren Welche Erfahrungen habt ihr mit Lego gemacht? Habt ihr mit Lego gespielt? Wenn ja, hattet ihr Sets? Oder war euch das auch zu teuer? Habt ihr Lieblings-Sets? Welche Lego-Sets würdet ihr gerne sehen? Ich muss ganz offen gestehen Ich würde ein Zelda-Lego-Set richtig, richtig cool finden Die von Star Wars finde ich schon super Ähm Ja, Herr der Ringe und Harry Potter Nicht so ganz Also die von Star Wars gefallen mir einfach besser Weil sie ein bisschen ein größeres Universum bieten Aber ansonsten weiß ich auch gar nicht Was es denn noch so für andere Sets gibt Also auch hier darf man mich gerne aufklären Ansonsten Bleibt nur noch zu sagen Passt auf, dass ihr nicht drauf tretet Das war ein relativ kurzer Necro Talk Aber wie gesagt Wir schreiben einfach in den Kommentaren weiter, okay? So, Balrog Bitte ausbügeln Bitte danke Mein Name ist NecroCon Bis dann Bis dann